Ich weiß jetzt nicht, ob es das eine Ventil wieder deaktiviert ist, weil ich gestorben bin. Wie sagt man, Jill, Orientierung ist alles, ne? Ja eben, hier war ja nichts. Bis zum nächsten Mal. Scheiße. Warte. Warte, warte, warte. Wo ist das Scheißblut? Zweite vom Team. Das eine war hier. Der ist da. Der ist da. Der ist da, der ist da, der ist da. Kommt der oder kommt der nicht? Der ist vielleicht jetzt müde von vielen rumrennen. Das zweite musst du auch mal nur hier sein. Kommt der. Kommt der. Kommt der. Kommt der. Oh, jetzt. 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 Wo ist das da? Wo ist denn das zweite blöde Fenty? Eigentlich nichts Jetzt sind wir aktiviert Wo ist das denn? Wo ist das denn? Oh, zu spät! Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Geh weg! Ich rufe mich! Ich rufe mich nicht! Geh weg! Ich geh jetzt wirklich davon aus, dass das wieder nicht... Uah, wo war ich da? Hier? Ja, der ist wieder zurück Die Tür zu! Die Tür zu! Wahrscheinlich kommt der jetzt Oder auch nicht Doch Die Ketten klären! Also ich denke, nach diesem Let's Play wechsle ich zu Tetris und solche Spielen Wo ist das zweite Fenty? Wie ist das? Irgendwie in Klass... Oh! 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 Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Was macht denn der? Äh. Okay. Ähm. Ja. Das ist mal wieder so. Ob es gleich knallt. Ich werde nur durchlaufen. Creechian-Sin? Nee. Ich hab eine Creechian-Sin. Das ist so gescheiße. Ob ich mein Creechian-Sin dabei habe? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es nicht lesen. Ich möchte es lieber wieder zu meinem dicken Kumpel. Der Emhen so träge ist, dass er mich nicht so ganz schnell erreicht. Hu 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 hu. Oaaaah. Okay. Mist. 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 Oh Mensch, oh Mensch, oh Mensch, oh Mensch. Kommt der? Jetzt möchte ich nicht sterben. Jetzt hätte ich beide Ventile aktiviert. Jetzt könnte ich erstmal nach hinten durchlaufen, irgendwie. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt dann bei diesen spreading, dann würde ich das nicht wirklich raus. Oh Gott. Gut, 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 gut. Na du Schwabbelarsch. Weg. Ja, ich bleib hier, bis du weg bist. Und der Widerstand. Ich hab dich da. Ich sehe dich, ich höre dich. Ich lieb dich. Jetzt das blöde Ventil. Ich hoffe, es speichert im Augenblick. Ist weg. Ich bin getroffen. Ja. Ich muss hier achten, ich bin vielleicht zurück. Ist das Feuer, oder? Aber die ist jetzt ja... Das könnte sein, ne? Oh, du bist da nass, ne? Ich weiß natürlich gar nicht mehr. Woher ich da ein... Ach so, doch hier war das. Stimmt. Aber ob das jetzt richtig ist, ist das richtig. Der Fies ist auch weg. Jetzt stand ja alles in Flammen dahin, ne? jetzt sind alle Blödsinn. Da kannst du lecker essen. Da kannst du lecker essen. Ja? Kla... AAAAAAAAH! Da kommt... Meine scheiße, was soll ich diese Scheiße kochen? Ohu! Ne! Wie... Mensch, sag mal, hackt's den noch, ey? Boah. Ja, ich krieg echt mal einen Anfall hier. Ja, sehr lecker. Ein Infarkt und alles kriegt man bei dem Blüten-Spiel. Na toll, ich mag's. Ach so. Meine Fresse, ey. Das gibt's nicht. Das ist doch krank. Ich dreh durch, dreh voll durch in diesem Kackblüten-Scheiß. Wann findet dieses Spiel sein Ende? Ich hoffe bald, sonst finde ich meins. Mensch, 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 Mensch. Jetzt muss ich gehen. Raus. Jetzt kommt endlich Exit. Raus geht's. Wahrscheinlich noch nicht in die Freiheit. Aber immerhin schon mal raus. Wir sind draußen. Sehen tue ich überhaupt nichts. Ich muss doch diesen Pater, Vater, Martin oder was auch immer, treffe ich sie im Scheiß. Für diese Tür ist ein Schlüssel notwendig. Ich möchte auch nicht reingehen. Ja. Könnten wir denn jetzt einfach irgendwie zum Auto und dann nach Hause fahren? Das ist schon mal gut, das ist abgeschlossen. Notizen. Das gibt's ja nicht. Mal wieder was zum Lesen. Ich kenne nicht einmal deinen Namen, aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an, mein Paul. Ah. Hoffentlich hast du nichts dagegen und ich hoffe, dass du nicht am Selbstmitleid und der Angst verfällst, dass dein Leiden grösser sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen und du hast es fast geschafft. Ja. Hoffentlich. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz. Oh. Und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da, ich warte auf dich. Ja. Ja. Das erläutern wir mal nicht so ganz, ne. Und wo ist denn dieser Typ jetzt? Da. Was machst du da? Was ist denn das für ein Scheiß hier? Geisterstunde oder was? Ja. Ja. Piepst du jetzt auch noch? Ja. Tja. Die Schlüssel. Batterien. Wir können nicht hier warten bis Tag wird. Das war hier, oder? Speichert. Was heißt das? Wird sicher irgendwie was passieren, dass ich wieder das Herz in der Hose habe? Jetzt lächeln wir mal die Batterie. Was geht denn hier ab? Was stimmt denn mit mir nicht? Was könnte ich da doch noch? Okay, fuck. Machen wir es mal zu. So. Also so. Ja, das ist schon okay. Ja. Ach, das ist scheiß Dummerkuhl. Das ist nicht euer Ernst. Wieder da in so ein scheiß Gebäude rein. Kommt da was? Was machen wir denn hier? Scheiß. Hoch mit dir. Komm schon. Ich mag es nicht. Und jetzt? Muss ich jetzt jump and run, oder was ist das jetzt? Okay. 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 Ich weiß nicht, ob das beim ersten Mal klappt. Nein, doch nicht. So früh abgesprungen. Scheiße. Wo bin ich jetzt da? Ich bin weg. Was ist das alles da nochmals machen? Wir haben noch eine Leiter. Geh hoch. So, zweiter Besuch, jetzt hoffe ich, dass es klappt. Sehen tun wir wieder nichts. Und das wird ja lustig mit mir. Gut, gut. Gut, gut, gut. Höchste Konzentration. Okay. Das ging schon mal gut. Nur nicht nervös werden. Ich hatte eigentlich nicht Lust, das tausendmal zu versuchen. So. Und jetzt da. Da sind wir vorhin gestorben, ne? Jetzt weiß ich nicht, muss ich damit schnell... Ja! Ja, 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 ja. Hat geklappt. Jetzt hier. Kann ich jetzt hier runter, oder? Da ist dort eine Mauer. Wir wächsten erst mal Batterie. Okay. Ich da runter muss, oder? Ja. Jetzt geh mal hier. Oh, hallo. Mensch. Lass mich raus. Jetzt. Aha, okay. Wo ist denn das? Da wird sicher gleich was kommen. Muss ich, kann ich... Ja, lass mich in Ruhe. Ach, meine Güte, was machst du denn da? Ja, du lebst auch noch. Ich weiß gar nicht, ich bin so gestorben. So, das sind überall Leute. Scheiße. Nicht schon wieder. Jetzt kriege ich ein Batterieproblem, oder wie ist das? Oh, scheiße. Ich dachte, das Spiel ist ja endlich zu Ende. Irgendeiner springt mich sicher noch an. Bin ich jetzt da im Kreis gelaufen, oder wie sieht es aus? Mist. Muss ich wohl doch durch die eine Tür. Ist das jetzt zu? Oder was? Ist das jetzt überwiegend? Nee, ich bin doch von hier gekommen. Ja, genau. Genau. Das ist ja verschlossen, oder? Okay. Okay. Ich bin wahrscheinlich schon richtig, ne? Da bin ich jetzt. Da bin ich jetzt... Mensch. Das geht schon wahrscheinlich hier weiter. Machst du Pipi? Nein. Nein. Hier rüber? Wo bin ich jetzt da? Ist das Schwabbel jetzt auch draußen oder was? Oh ne, da krieg ich der Scheiß schon wieder hoch. Ich muss doch wahrscheinlich hochklettern da rein. Komm schon, hoch mit dir, hoch mit dir! Okay, sind wir mal wieder tot. Mensch, Maya, das muten Scheiß, echt, das ist unglaublich, das Spiel. Ich hasse es echt. Wo bin ich denn jetzt wieder? Ach so, meine Sackkasse. Geh, lass mich. Ich würde nicht sagen, ich müsste hier raus, oder nicht? Und jetzt? Darüber. Achso. Der gibt auch schnell auf. Das ist ja okay, aber wenn man so denkt. Wenn es halt nicht klappt, dann klappt es nicht. Ich hoffe, es speichert jetzt dann mal wieder. Das ist ja nicht so der Ernst, oder? Ich stehe doch runter. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das habe ich jetzt fast verpasst. Ich kann nicht runter. Wieso kann ich jetzt springen? Speichert. Immerhin. Ja, und wir machen hier einen Cut und sehen uns im nächsten Let's Play von Outlast. Das geht nicht. Okay. Vielen Dank.